Hallo meine Lieben, wir haben heute Tag 17, das heißt für uns 80 Squats. Nach 40 Squats gibt es heute eine 60-sekündige Pause. Und dann hüpfen wir direkt an mit einer neuen Variante, die wir noch gar nicht hatten. Freut euch drauf. Ja, ihr dürft euch wirklich drauf freuen. Und die meisten von euch, die hassen vielleicht die Squats. Aber diese Hassliebe, die schaffe ich noch, euch so weit umzuwandeln, dass ihr nachher die Squats lieben werdet. Als ich damals angefangen habe mit den Squats und mit Sport überhaupt, da habe ich am Anfang die Squats und Lunges und so weiter, die habe ich verflucht. Aber dann habe ich irgendwann mal gedacht, ich kann darin nur gut werden. Und ich kann das nur weitermachen, wenn ich irgendwann anfange, diese Dinger zu lieben. Und ich sage euch, und ihr werdet mich dafür hassen, ich liebe Squats, ich liebe Lunges, ich liebe Planks. Ich liebe das einfach. Aber ich habe die vorher auch gehasst. Okay, Ausgangsposition, es geht direkt los. 40 Squats to go, come on. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, come on, 4, 3, 2, 1, noch mal. 10, 9, 8, komm schön tief, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, noch 2 mehr, komm. 10, 9, 8, 7, 6, noch 5, komm schon, 4, 3, 2, 1, noch mal, 10, come on, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, die letzten 2 und halten, 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 Pause. Okay, die Zeit läuft. Wir schieben nun die Matte weg. Seht zu, dass ihr einen rutschbesten Untergrund habt. Für alle, die schwanger sind, die gehen auf die Walking Squats zurück. Und für alle anderen, die es heute richtig wissen wollen, wir machen heute nämlich die Jump Squats. Das heißt, von der Seite, du kommst tief und hoch. Okay, tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch. 10 Stück und danach gibt es 10 kleine von oben. Und dann nochmal 10 und 10. Das Ganze insgesamt 40 Stück. Okay, nochmal kräftig ein- und ausatmen. Ganz wichtig, befüllt nochmal den Körper und die Muskulatur mit Sauerstoff. Lockert euch aus, es geht gleich direkt los. Okay, dann kommt in Position. Locker, locker, locker machen. Ja, jetzt wird es knackig. Es sind aber nur 40 Stück, das heißt eigentlich nur 20 Stimme. Gut, gut, wir zeigen dir in 3, 2, 1, komm tief und hoch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 10. 7, 9, 8, 7, die nächste, das Brennen, come on, 5, 4, 3, 2, 1, komm ein bisschen enger, rief frei und nochmal, tief, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, die letzten, 3, come on, 2, und es geht zurück in die Kleinen von oben, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, halten, halten, 4, 3, 2, 1, das schafft ihr heute. Morgen 70 Squats, liken, Daumen hoch und lasst mir ein Abo da. Tschüss und bis morgen.